Musik Wunderschönes herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, heute stelle ich. Heute ist der vorletzte Türchen von diesem Adventkalender, Nummero 23. Wir haben echt bald geschafft, noch einmal schlafen und dann ist schon Heiligabend. Machen wir mal das Türchen auf. Wir machen hier mal das Türchen auf und schauen mal rein, was da findet. Ja, ähm, sorry für die kleinen Unterbrechen, wir öffnen meine Türchen und, ja, es wird. Ja, kann man echt überhaupt sehen. Ein Riegel-Adventkalender-Kring von 2. Und damit sage ich, gehen wir zum nächsten Adventkalender. So, wir kommen hier zum zweiten, ähm, Adventkalender für heute, den Nummero 23. Und ich würde mal sagen, wir öffnen mal die Zahl. Und eine, ja, Rathaus und ein Weihnachtsbaum. Und ich glaube mal nicht, dass er Hamburg ist, weil der nie anders aussieht. Oder kann er sein? Nee. Nee. Das ist ein anderer Rathaus. Und damit gehen wir auch zum dritten Adventkalender. Heute auch mal wieder zum nächsten Adventkalender. Und ich glaube, da habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht, aber ganz leider ohne Ton, weil ich habe das hier eigentlich nicht notiert, aber, ja, mir ist da einfach nicht aufgefallen. Nummer 23. Klicke auf das weiße Fläche. Machen wir mal. Oh. So, das kommt ein Tannenbaum. Ich mache mal schnell ein Bild. So. Und, ja. So. Nun, das haben wir gemacht, schließen wir das Ganze auch noch mal. 24, können wir erst morgen leider öffnen. Und schauen wir mal in den Countdown. Einen Tag, eine Stunde, 52 Minuten und 94 Sekunden bis Weihnachten oder Heiligabend. Ja, ich sage mal im Voraus frohe Weihnachten. Morgen. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Damit verabschiede ich mich von meinem Kanal von heute. Vor dem, ja, vor Silvester wird noch ein paar Aufnahmen kommen. Und ich verrate noch nicht was genau, aber es wird was Spannendes kommen. Und ich verrate noch ein paar Aufnahmen. Und ich verrate noch ein paar Aufnahmen.